Ne, Tö, ne... Der Auschwung hat also zwei stabile Beine, Das muss auf Stricken verbracht werden. Da müssen wir Alarm klocken, frühzeitig läuten. Es ist quasi fast ein Winterpunkt. Der Aufschuh hat an Breite gewonnen. Die Zeit der großen Verunsicherung ist vorbei. Der Aufschwung ist da. Win-Win-Situation. Lus-Lus-Situation. Win-Win-Situation. Strukturelle Verwerbung. Dass es noch besser ist, wenn man das noch harmonischer nach außen darstellen kann. Aber hier ist die Klarheit greifbar. Und das war prima. Sehr schön. Es gibt nur merkwürdige Verluste von Arbeitspapieren. Die plötzlich irgendwo auftauchen. Saß man sein noch bei 100 Meter Lauf. Dann muss man ein bisschen trainieren. Dann braucht man auch schneller. Das hat gewirkt. Das ist eine konjunkturrelevante Größe. Das hat gewirkt. Wissen an der Welt. Das hat gewirkt. Sie haben auch gelernt, ich bin schnell.